Guten Morgen. So, ich bin ausgeruht. Ja, so ein Pferd wegschieben ist ein bisschen schwieriger. Ja. Zack. Entschuldigung. Voll ins Gesicht getreten. So. So. Eigentlich würde ich ja jetzt ganz gern, nachdem wir hier die Quest abgegeben haben, in der Drachenfeste, würde ich ganz gern hier hin. Um mal mit den Graubärten zu sprechen. Allerdings ist es ja ein Stückchen weiter weg, ne? Wo sind wir gerade? Hallo, hallo, hallo. Hier sind wir gerade. So. Könnten natürlich auch hier hin. Ist ja ein bisschen dichter, wie es aussieht. Ja, dann machen wir das so, ne? Finde einen Weg, um Thorald aus der Gefangenschaft von Talmor zu befreien. Ich würde sagen, das sollten wir hinbekommen. Vielleicht verschätze ich mich da auch ordentlich. Moment, in welche Richtung sind wir jetzt gerade unterwegs? In die richtige. Vielleicht verschätze ich mich, wie gesagt, da auch ordentlich. Drache ist noch da? Hallo, Drache? Hallo, hallo. Drache? Lag der nicht hier? Sollten Drachen nicht für immer und ewig dort liegen bleiben, wo man sie getötet hat? Ist der weggerutscht, oder wat? Na toll. Das kann ich ja gar nicht mehr damit angeben. Na gut. Denn eben nicht. Dann machen wir uns jetzt tatsächlich mal auf den Weg. Ist ja sogar wirklich ein Weg. Das ist ja praktisch. So, zumindest mehr oder weniger. Ist das hier ein Weg? Irgendwie doch eher weniger. Na gut. Der Anthony kann ja notfalls schwimmen. Oh. So. Aber wir müssen gar nicht schwimmen. Hops. Ist ja gut, meine lieben Krabben. Alles gut. Passiert euch nichts. Eine Brücke. Was sind das für Pflanzen? Die habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen, oder? Die kommen mir nicht bekannt vorher. Die Tollkirsche. Klingt giftig. Oh, Schätzelein schlägt sich da unten rum. Moment, da muss ich gerade mal helfen. Na komm. Zack. Zack. Mensch, die sind schon gemein, die Viecher. Nehmen wir einfach mal mit. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz frei. Durch unser eigenes Haus. Ist das schön. Wir haben ein Haus in Himmelsrand. Schüppendüppendü. So. Weiter geht's. So, was steht hier? Steht hier irgendwas? Okay. Wide Run und... Das ist irgendwie genau die falsche Richtung, ne? Das hier. Dritte kaiserliche Armee bei. Einsamkeit. Äh. So, das müsste Richtung Norden jetzt sein, oder? Ne. Nicht wirklich, aber... Müssen wir da vorne halt irgendwo links abbiegen. Und zwar... Hier. Ähm. Wahrscheinlich kommen wir jetzt irgendwo hin, wo wir gar nicht hinwollen. Aber das ist ja... Ne. Das ist ja wie im Leben. Sag ich mal. Oh. Wer wandert denn da vorne? Was ist das denn hier? Ist das was Böses oder was Gutes? Hallo? Ah. Okay. Lager der Sturmmäntel. Was macht ihr denn hier? Schöne Pferde habt ihr. Was? Was redet die von sterben? Finde ich aber nicht gut. Quartiermeister. Ne. Haltet die Augen offen. Alles klar. Vielen Dank für den Hinweis. Was ist das denn da? Nichts, wie es aussieht. Nur ein paar kaputte Ruinen. Ne. Hier gibt es nichts interessantes. Wie es aussieht. Hopp. Hopp. Verdammt. Da komme ich nicht durch, aber hier irgendwo, oder? Hier hoch. Passt das? Das passt. Wunderbar. Läuft. Jutti. Na. Dann habt ihr ja nicht so viel Ziel für mich zu bieten, wie es aussieht. Alles klar bei euch. Sieht irgendwie nicht so aus, ne? Aber. Das geht mich nichts an. Muss ich ja nicht überall einmischen. Verdammt. Da komme ich nicht mehr hoch. Da muss ich hier jetzt doch hier so unten. Das kenne ich. Schätzelein. Das kenne ich. Warten ist schon echt das Schlimmste. Hopp. So. Osten ist hier. Also ist dort Norden. Das müsste ungefähr die richtige Richtung sein. Wo geht es hier nach oben? Was ist hier los? Oh. Oh. Das frage ich mich allerdings auch. Lügner-Zuflucht. Ich würde sagen, äh... Da gucken wir doch einfach mal rein. Hopp. Ne. Das ist nichts zum Mitnehmen. So. Gucken wir mal, wer uns da drin so blügt. Oha. Oha. Äh. Wie schleiche ich nochmal? So. Die sahen da unten nicht so einladend aus. Ich hab kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Psst. Sei ruhig. Was sind das für ekelhafte Kreaturen da? Gollum am Start, oder was? Oha. Nimm das! Oh. Oh. Das ist ja jetzt mal suboptimal. Was ist denn hier los? Die zwei beiden gehen aber ordentlich ab. Gebratenes Ziegenbein. Hauen wir uns rein. Gemüsesuppe. Hauen wir uns auch mal ein bisschen rein. Gebratene Fasanen kommen drin. Was können wir denn hier uns noch reinkloppen? Kholeintopf mit Apfel. Zehn Gesundheitspunkte. Lachsbraten. So. Zaubertränke. Tududu. Erkleinheilung. So. Na. Sag mal. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui verlassen. Das testen wir gleich mal. So, Kaninchenkolle. Kohleintopf mit Apfel. So. Wildbretkotelett. So, da haben wir dann auch schon wieder alles verbraten. Gesundheit regenerieren. Das Heilers. 100 Gesundheitspunkte. Zack. So, meine lieben Freunde. Ich bin mal weg. Ich würde zumindest ganz gerne mal weg sein. Komm, ich raus. Ich komm hier raus. Puh. Ha. Oh. Ei, 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 ei. Oh nein. So. Alter Schwede. Gott sei Dank ist nur einer rausgekommen. 32 Rüstung. 20? Jetzt muss ich aber gerade mal... Was haben wir denn eigentlich hier so jetzt, ne? Der macht 24 Schaden. Okay, das hat sich erledigt. Aber das Schild. Das Schild ist doch eigentlich... Äh, hier. 28. Schild 32. Zack. Das nehmen wir mit. Oh. Zwei aus. Auchs. Auchs. Äh, Schwert mitgenommen. Aber egal. Wir haben ja noch Inventarplatz. Frei. So. Objekte. Bekleidung. Ausrüsten. Und auch als... Favoriten hinzufügen. So, was ist jetzt, wenn ich jetzt eins drücke? Dann habe ich das richtige Schwert. Oh. Ähm. Sorry, Anthony. Aber du hast mir einen Stufenaufstieg gebracht. Vielen Dank. Und sorry. Kommt nicht wieder vor. So, ich würde sagen, hier drinnen... Gucken wir ein anderes Mal vorbei. Ist das auf der Karte verzeichnet hier? Na. Lügt mir Zuflucht, ja. Müssen wir uns merken. Tue ich wahrscheinlich nicht. Aber ihr könnt mich ja daran erinnern. Oh. Oh. Schön über die heiße Kohlepfanne. So. Weiter geht's. Wenigstens mal ein bisschen Action zwischendurch. Wir haben zwar extrem viel Essen verbraten dafür. Aber tut man nicht alles, ne? For the entertainment. For the entertainment. Vorsicht. Oh, das ist tief. Was ist hier? Platsch. Oh. Die Strömung ist ja stark. Was ist nur los? Ach, da ist so ein Fisch im Wasser. Oh. Ein Bär. Nee, ein, ein, äh... Säbelzahntiger. Okay. Wir befinden uns hier ganz eindeutig in Regionen. Die wir so, glaube ich, noch gar nicht... ...besuchen sollten. Aber gut. Talente zu verbessern. Vier. Können wir einfach mal machen. So zwischendurch. Der Säbelzahntiger wartet schon auf uns. So, Verzauberung, Schmiedekunst, Führerrüstung, Blocken. Zweihändig. Einhändig. Das war übrigens doof, dass ich den Punkt vergeben habe. Weil das waffenspezifisch ist. Kampfhaltung. Mächtiger Angriff mit einer... Verbrauchung 25%. Weniger. Ausdauer. Ja. Möchte ich. Warte, das Gemetzel. Kriegsexte. Hier drüben kann ich noch nicht, ne? Er fordert 50. Warte, das hier... Doppelwirbel. Angriffe mit zwei Waffen sind 20% schneller. Nee. Das brauche ich nicht. Wie sieht es aus mit Blocken? Ups, falsch. Blocken wollte ich hier, so. Er fordert mächtiger Gegenangriff. Was ist das? Du kannst einen mächtigen Gegenangriff durchführen. Und hier... Schnelle Reflexe. Die Zeit verlangt in der Sicht, während... Wenn du während eines mächtigen Angriffs blockst... wüsste ich jetzt nicht, wofür ich das brauche. Pfeile abwehren. Okay. Schwere Rüstung. Kann die? Steigert den Rüstungswert? Ne, 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 ne. Warte, bist du jetzt tot oder bist du... Jetzt ist er tot. Glaube ich. Hoffe ich. So, Schätzlein hat sich wieder irgendwie verpiselt. Die hat bestimmt einen Lover, ey. Wie oft die unterwegs ist, das ist unglaublich. Wie immer ist sie plötzlich weg. Die Drecksau. Eishauchtiefen? Hm. Ne, Eishauchtiefen? Ne. Und ich glaube auch, ähm... Ich habe mich umentschieden. Ich möchte doch nicht hier oben hin. Sind wir auch gar nicht hin unterwegs. Sondern... Wir werden jetzt doch mal... Drachenfeste, genau. Wir werden jetzt doch mal nach Iwa-Stadt. Mann, oh Mann. Da haben wir einen kleinen Weg vor uns. Na gut. Immer in Richtung Osten. Und was uns da so über den Weg... ...hüppelt... ...da nehmen wir dann auch mit. Also ich meine jetzt so... Oh. Eine Blume. Untertitelung. Bis zum nächsten Mal.